Musik Wer ist das? Scheinwerks der Impostor? Scheinwerks der Impostor? BAH! Okay. Scheinwerks könnte der Impostor also sein. Interessant, interessant. Ich wusste, dass es die *** ist. Musik Oh geil, das geht los. Let's go! Oh, zieh den Hebel, geiles Sau. Oh, Tim Jacken, du bist so geil. Ich hab hier keinen Sound in Among Us. Gehen wir zusammen? Alter, geil, Chef Strubbel ist gerade neben mir gestorben. Ich hab's nicht mitbekommen. Der ist neben mir gestorben und es muss Reapers gewesen sein, weil er gesagt hat, gehen wir zusammen. Ich hab auch gesehen, dass Reapers das war. Ja. Spaß, Spaß. Reapers war bei mir, dass nichts passiert. Okay. Rewi hat Reapers verdächtigt, obwohl er nicht mal bei ihm in der Nähe war. Ich dachte halt, weil er gerade gesagt hat, gehen wir zusammen. Das hab ich von Reapers gehört. Das Ding ist, ich muss... Ruhe! Ich hab noch eine Leiche gefunden. Mann, kann ich kurz sagen, dass ich die Leiche... Also, ich hab die Leiche, liegt in Admin drinne. Die Leiche liegt in Admin drinne und Chef Strubbel ist gerade gestorben. Und ich habe blöderweise Chef Reapers durch die Wand gehört. Also, er war nicht bei mir. Deshalb gehe ich aus, dass er ein Poster-Vision hat. Don't know, though. Das ist heavy. Nein, das ist falsch. Ich hab gerade eben den Hebel gezogen. Guck mal, ich, äh, aus meiner Sicht nochmal. Eigentlich erklär, Unge. Erklär du einfach. Ja, wir sind zusammen rumgelaufen. Außerdem ist die Poster-Vision genau gleich eingestellt wie die Crew-Vision, haben wir eben eingestellt. Warum höre ich ihn denn dann, wenn er durch die Wand ist? Durch die Wand. Man kann durch die Wand hören. Das hörst du einfach. Okay. Du siehst ja auch Vents durch die Wände. Du siehst die auch durch die Wand. Okay. Also, ich weiß auf jeden Fall nicht, ich hab ihn gefunden in Admin. Ich hab sonst keinen Sass. Also, die Geschichte glaub ich, Rewi, nicht. Weil, damit er in Admin, Reapers hören musste, musste er sich schon in Admin länger aufhalten. Ich bin gerade reingelaufen und wollte Cardswap machen. Ich hab vorher oben mit Fiene den Hebel gezogen. Ja. Ich rote Rewi, er ist unprofessionell. Okay. Nee, ich glaube nicht, dass er self-reportet. Er ist. Doch, Rewi ist ein self-report in der Masse. Okay. Ich werde für den Random Vote, werde ich die Aufgaben nicht fertig machen als Geist. Ich sag's, wie es ist. Nein, es ist so. Ich werde die Aufgaben richtig fertig machen. Die sind so dumm, oder? Die sind so unglaublich dumm, Alter. Stegi, kannst du mich bitte umbringen? Nö, es ist zwecklos. Naja, es bringt nichts. Hast du das gemacht? Nein, hab ich nicht. Ah! Geht einfach Scheiß auf die, lass Reaktor gehen, komm. Hast du hier was zu tun? Ich muss hier vorne noch bis 10 zählen. Kannst du mir helfen? 1, 2, was kommt danach? 1, 8, 7. 10 ist es. Jo, let's go. Geil. Okay, auf geht's. Oh, was ist das? Ich geh oben rum. Achtung, oh Gott, lass nicht mit der Reden kommen, egal. Geh mal bitte hier weg, geh mal hier weg jetzt. Weg, weg, weg. Ja, ich leb noch, alles gut. Ich hab nur Trimace angeschrien. Also, ich bin pissed. Meinst du, es passiert jetzt was? Ja, ja, die machen jetzt Action. Oh, das ist entspannt. Ey, ich hab Simon verbrochen. Unge, wo ist Unge? Ich wollte Revi. Ich wollte Revi. Richtig. Ja, ich geh auf Reapers. Oh, Shadow Reefs. Ciao. Oh, Jungs, das ist doch kacke. Du bist ein Mörder. Du bist bis Unge unterwegs gewesen. Hast dann so getan. Unge, wo bist du? Unge, wo bist du? Du bist der Mörder. Okay, Stegi, lass noch schnell Dings gehen. Storage wieder. Und dann Upper Engine, okay? Können wir gleich machen, ja. Und dann muss ich noch Navigation. Ich muss noch mal Lower und einmal noch, glaube ich, Upper. Alter, was geht, Leute? Oh, da ist der Mörder, da ist der Mörder, Vorsicht. Da ist der Mörder, der Mörder, der Mörder, der Mörder. Der Nikos, der Mörder. Der Nikos, der Mörder. Stegi, ich glaube wirklich, dass Nikos ist, ne? Weil der war eben die ganze Zeit weg in der Runde. Ja, alle habe ich gesehen. Oh, jetzt passiert es nämlich. Revi ist tot. Leute, okay. Es ist komplett unglaubwürdig, aber es ist Stegi. Ja, mega unglaubwürdig, das hast du selbst gesagt, weil die beiden genau wussten, dass wir haben. Das Ding ist, den ersten Kill kann Stegi halt nicht gemacht haben. Ja, aber ich genauso wenig. Weil Stegi war bei Lights und ich war dahinter. Nein, 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 nicht den ersten Kill in der ersten Runde, sondern den ersten Kill in dieser Runde. Wer war denn der ersten Kill in dieser Runde? Henke? Henke. Und Stegi war von Anfang an bei uns. Ich war mit Stegi bis gerade eben, bis Revi gestorben ist. Schade, schade, Niko. Revi war nervig, ne? Max, Max, hast du auch... Halt im Maul, Stegi. Voten wir Niko. Wir hauen den Niko raus und dann müssen wir gewonnen haben. Schade, echt schlecht gespielt, Reapers. Wirklich schlecht gespielt. Es war leider nicht... Es war nicht mal schlecht von mir, tatsächlich. Du... Du hast mein Anime getötet. Ja, ich wollte einfach ungeklickt, weil das irgendwie lustig ist, die Situation auch. Geil, die ganze Zeit kein einziges Mal Imposter gewesen. Nice. Hauptsache euch nicht Spaß mit dieser Sch***-Gruppe, ihr Sch***-Mal. Halt laut, deine Sch***, du veganes Opfer. Tötet mich, ich geh sofort raus. Wie chill ich einfach alle Aufgaben auf der Seite hier vorne. Das, denke ich, interessiert uns alle sehr. Ach, Mann! Äh... Ja? Wollt ihr irgendwas sagen sonst? Ja. Nee, nee, ich wollte das freuen. Viele sagt zuerst was. Ich hab auch mal was Wichtiges. Viele soll zuerst was sagen, danach sage ich was. Unge, sag das wieder. Ich hab gefaked wahrscheinlich, ne? Komm, sag's mir. Reapers liegt auf dem Scan im Bett bei. Okay. Ja und? Wieso scannt der nicht? Ach nee, der ist tot. Okay, dann kann ich für den, dann kann ich für den kill ich tatsächlich. Es sind ja zwei Leute gestorben. Dann kann ich tatsächlich Rewi ausschließen. Obwohl ich dachte, Rewi hat gerade auch Tuflasche gefaked. Weil er hat so lange gebraucht. Ich hab abgebrochen mittendrin. Ich hab draufgeklägt, dich Idiot. Okay, okay. Ich hasse es das zu sagen, aber Rewi ist safe. Also braucht ihr Rewi nicht raus. Ich hab das Jesus-Lied gesungen. Unge ist auch safe. Jesus. Oh, oh. Jesus. Oh, eh, oh. Jesus. Oh, eh, oh. Du bist wunderbar. Ich find, er hat ne coole Stimme, Mann. Oh, geil. Ja. Ey, das muss Fiene sein. Also Fiene läuft gerade wieder an mir vorbei. Von unten nach oben und unten liegt die Leiche von der Nico. Okay, Chef, es tut mir leid, ich wollte die letzte Runde nichts hassen, weil das halt, weil ich nicht wusste, ob du es warst. Aber Chef ohne Scheiß, also. Also Chef ohne Scheiß. Es ist wirklich, es ist so, so real, aber ich war es wirklich nicht. Oh, Fiene redet? Ich hab Fiene gegönnt. Ich glaub einfach meinem Bruder Chef er jetzt hier. Och man Henke, das ist nicht wahr, er lügt. Rauch wird der, ganz flappel der Ding. Okay, Chef ist safe. Vergesst meine Worte nicht. Es muss dann Chef sein. Chef ist safe und er hat zwei Wurzeln von den Impostern bekommen. Chef ist safe, Chef ist safe. Bei Zysnick bin ich raus, das könnt ihr selber machen. Bin ich raus? Nee, da hab ich überhaupt keinen Bock drauf, bin ich ehrlich. Klar, viele werden jetzt sagen, Revi, mach die Sch*** da aus. Wieso hilfst du da jetzt nicht? Und ich sag eins, weil es mich nicht juckt. Oh, okay. Weil es mich nicht juckt, weil ich weiß, dass mein Team meinen Rücken hat. Versteht ihr, was ich meine, Leute? Diese Leute, das ist wie eine Familie für mich, Mann. Die sind immer für mich da. Und die machen auch Zysnick und so. Versteht ihr? Akani, ich weiß doch, was es... Komm her, komm her. Pass auf, hey. Wir gucken jetzt hier zusammen in die Kameras. Komm her, komm. Guck in die Camps, da. Siehst du was? Wer ist der Impostor? Sag mir, wer ist der Impostor, Akani? Wer ist der Impostor, Akani? Akani, wer ist der Impostor? Ist Unge der Impostor? Ist Unge der Impostor? Ist Unge der Impostor? Ist Unge der Impostor? Okay, Unge ist es schon mal nicht. Ist Trimax der Impostor? Ist Trimax der Impostor? Wer ist das? Ist Trimax der Impostor? Trimax der Impostor? Okay, Trimax könnte der Impostor also sein. Interessant, interessant. Das werden wir gleich mal anführen. Interessant, das macht ihn sehr sass. Okay. War Fiene Impostor? Wer ist der? Ja, fein. Okay, okay, okay. Ich denke mal, wir hatten mit Fiene richtig gelegen und dann ist es Trimax. Das werde ich gleich als Grund nennen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut gespielt, Akani. Sehr stark. Das hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ich wusste, dass es Trimax ist. Reapers ist tot und Niko ist tot, oder? Oder war Niko schon vorher tot? Ne, ne, Revenzeit. War Fiene richtig, der Korn? Ja, es ist auch auf jeden Fall richtig. Es gibt auch welche Dicke. Perfekt. Trimax oder Henke? Chef und Timjax vertraue ich zu 100% bei Chef. Ist Trimax der Impostor? Ist Trimax der Impostor? Ist Trimax der Impostor? Ich kann dir nicht mehr machen über Camps. Fester. Du bist die ganze Zeit nur live. Egal wenn ich jetzt Max sein live war. Ich habe schon zweimal das Licht angemacht, weil einfach keiner kommt. Ich hätte schon tausendmal sterben müssen. Okay, wenn du schon tausendmal sterben müssen, dann kannst du nicht sterben. Fester. Klar und offensichtlich. Warum kommt keiner von euch zu Licht fixen? Deutsche Ikone? Henke? Wer das sonst Assassin denkt? 意思 fester oder? Komm mal wieder auf! Ich bin so froh, Leute! Ich sage euch einfach nur eine Sache. Ich bin so froh, was Chef nicht gestorben ist dieser Runde, weil der Chef nicht war bei uns. Und ich bin franch, dass Chef nicht gestorben ist. Du bist so blöd! Nöunto! Danke! Lass noch mal ganz kurz! Oh, die beiden Impostor habe ich gewotet! Stark! Hä? Waren wir kurz. Es gibt noch zwei Impostor?! Nein. Aber viele war richtig. Bin ich imcoolgerißt nicht. Aber wer habe mich einfach geimpos! Alter! Ich hab noch einen überzeugen können! Meine Hund hat die ganze Zeit gesagt, was Trimax ist es. Ich hab Arkani gefragt und er hat gebellt. Revi, darf ich was fragen? Revi in meinem Chat sagen alle, dass du gestern über mich gesagt hast, ich bin attraktiv. Stimmt das? Ich bin raus. Ciao Leute, schönen Abend noch. Alles klar, hau rein.